Weinland Südtirol in Zusammenarbeit mit Südtirol Wein. Der typische Duft eines Weissburgunders ist der nach frischem Obst, sagt Hans Darzer, Kellermeister der Kellerei St. Michael Eppan. Das Aroma ist dezent und erinnert an Äpfel, Birnen, grüne Nüsse oder Zitrusfrüchte. Bisschen noch frischer Brotrinde, auch noch frischgepackener Brot, aber vor allem durch so einen schönen Säurespiel im Mund. Ab und zu auch leicht cremig, aber auf jeden Fall sehr, sehr trinkfreudig. Der Weissburgunder erlebt eine Renaissance und wird immer beliebter. Er ist der Weisswein, bei dem man fast nichts falsch machen kann, denn er passt zu fast allem. Ob das jetzt zu Vorspeisen ist, ob das zu einem Brötchenhaus ist, ob das jetzt zu einem sehr schönen Fischgericht ist, aber auch im Sommer zu Kohlfleisch oder weißem Fleisch, das passt einfach. Bei rotem Fleisch sollte es aber ein kräftiger Weissburgunder sein, der eventuell auch eine Zeit lang im Holzfass gereift ist. Gelagert wird der Weissburgunder bei Temperaturen bis zu 14 Grad. Serviert soll er natürlich wesentlich kühler werden, so um die 8, 9 Grad Celsius. Besonders gut gedeiht der Weissburgunder auf Kalkschotterboden. Er braucht nicht nur die Wärme, sondern auch die Kühle, um sein Aroma voll entfalten zu können. Gerade am Fuß des Mendelhangers haben wir nachts Vollwinde und die dafür sorgen, dass die Trauben abgekühlt werden und die Säure des Weissburgunders in der Traube bleibt. Am Mendelkamm zwischen 400 bis 650 Metern Meereshöhe. Das ist der ideale Anbauort in Südtirol. Also von Kaltern bis Eppern, Eppernberg und weiter nach Nals oder auch im Terlaner Raum. 500 Hektar Anbaufläche sind in Südtirol und damit ist der Weissburgunder eine der wichtigsten Rebsorten im Land. Bis in die 80er Jahre liefen Chardonnay und Weissburgunder oft unter demselben Namen. Dann hat man sie zu Recht getrennt. Und mittlerweile hat sich auch der Weissburgunder etabliert. Die Unterschiede sind deutlich. Beim Weissburgunder eher diese sehr schöne Apfelnote, beim Chardonnay eher eine Note, die sich an die Banane legt, ein bisschen süßere Geschmacksnoten. Interessant ist auch, dass der Südtiroler Sekt meistens aus Weissburgunder gemacht wird, weil er die nötige Säure enthält. Im Ausland wird der Sekt meist aus Chardonnay hergestellt.